Hallo, hier spricht André Heinemann. Ich bin 38 Jahre alt, wohne in Paderborn, bin Vater von zwei wunderhübschen Töchtern und habe eine tolle Frau namens Katrin und einen Hund namens Mara. Ich wiege 79 Kilo und bin 1,78 groß. Eigentlich bin ich 1,75, aber mein Pass steht 1,78 und ich glaube, ich lasse das lieber so. Ich bin Hochzeitsfotograf. Weil es für mich die schnellste und effektivste Möglichkeit ist, viele Bilder zu bearbeiten, die man als Hochzeitsfotograf mitnimmt. Oh, meine Lieblingsfunktion in Lightroom ist ganz versteckt und zwar ganz unten in der Kamerakalibrierung gibt es diesen Blausättigungsregler, der ist hammermäßig. Ich verrate nicht viel, prob jetzt aus. Ihr könnt die Farbsättigung eurer Bilder extrem cool angleichen, also eine Farbsättigung machen, ohne die Hauttöne zu verändern. Das funktioniert super. Finger weg vom Sättigungsregler. R third telling matril Bei per faire per advers ja ja